Hallo Kackbratzen! Damals in der guten alten Zeit, genauer gesagt Ende der 90er Jahre, waren Spiele mit einer großen offenen Welt noch reine Fiktion. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht doch einige Entwickler gab, die schon damals versucht haben, einen ersten Schritt in diese Richtung zu wagen. Auch wenn das Ergebnis dank der limitierten Hardware eher eine mittlere Katastrophe war. Aber man hatte damals noch Mut und noch einen Sack voll Fantasie. Wie etwa auch die Entwicklerbutze Mucky Foot Productions. Das Studio wurde 1997 von ehemaligen Bullfrog-Entwicklern gegründet und man entwickelte stolze drei Spiele, bis man 2003 wieder die Schotten dicht machte. Das Juwel ihrer Werke war Star-Topia, eine Art Raumstation-Simulation. Ziemlich abgekackt hat leider ihre Videospiel-Verwurstung zu Blade 2. Geschmackstechnisch zwischen diesen beiden Spielen bewegte sich allerdings Urban Chaos, also das Spiel, um das es heute geht. Wer in der Hölle sind Sie, Jokers? Das ist nicht Halloween. Veröffentlicht wurde dieses Drama im Jahr 1999 von Eidos für die PS1, Dreamcast und später auch für den PC. Gewissermaßen war dieses Spiel der Vorreiter von GTA 3, allerdings mit vertauschten Rollen. Man hatte damals eine unglaublich detaillierte Umwelt in 3D, die zwar eine große und offene Spielwelt vortäuschte, aber tatsächlich weit davon entfernt war. Und anstatt in die Rolle von skrupellosen Ganoven, schlüpfte man in Urban Chaos in die Rolle zweier Streifenpolizisten, wobei die Hauptrolle von der Cassin Darcy übernommen wurde. Junge Frauen in die Rolle des Protagonisten zu stecken, war damals nun wirklich kein Novo mehr, wobei wir die gute Lara, Samos und definitiv auch Miss Catman unter den Top 3 weiblicher Protagonisten sehen. Darcy war aber in gewisser Weise anders, denn sie war wohl die erste Afroamerikanerin in der Hauptrolle in einem Videospiel. Für ein Spiel der späten 90er Jahre hat Urban Chaos natürlich seine Probleme. Die Handlung ist in etwa so tiefgründig wie eine Pfütze und die Grafik erzeugt Augenkrebs, aber trotzdem wäre es jetzt nach über 20 Jahren viel zu einfach, tonnenweise Scheiße über diesen Titel zu werfen. Das hat das Spiel definitiv nicht verdient. Mich würde es an dieser Stelle brennend interessieren, was man in 20 Jahren über Spiele wie etwa Vossbuken sagen wird. Urban Chaos verfrachtet euch in die Stadt Union City im Jahr 1999. Nicht nur der Jahreswechsel steht bevor, sondern auch der Beginn eines neuen Millennium. Bandenkriege sind allerdings auf einem Allzeithoch. Eine Gang namens Wildcats scheint die Stadt komplett unter ihrer Kontrolle zu haben. Aber schlimmer noch, es scheint so, als hätten sie zudem eine Verbindung zu einer Art apokalyptischen Kult, der nicht nur die Stadt, sondern die komplette Welt ins Nirvana pusten möchte. Der Spieler schlüpft nun in die Rolle von Darcy, eine junge Polizistin, die in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters treten möchte. Während sie zunächst nur eine Reihe von Bagatelldelikten lösen muss, wartet am Horizont schon der größte Fall ihres Lebens. Zum Glück gibt es Unterstützung in Form des Ex-Bullin Roper, dessen Rolle man später im Spiel ebenfalls übernehmen darf. Den Namen Darcy schreibt man im Spiel übrigens mit D-Apostroph-Asi. Vermutlich muss das so sein, da man mit der Brechstange irgendwelche coolen Aspekte einbauen musste. Schließlich ist die Heldin ja wie gesagt eine fresche Afroamerikanerin. Trotzdem muss man Urban Chaos als wichtigen Bestandteil der Videospielgeschichte würdigen, da man hier versuchte etwas zusammenzuklöppen, was rein technisch gesehen mit der damaligen Hardware beinahe unmöglich war. Grundsätzlich ist Urban Chaos ein 3D-Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. Es fühlt sich in gewisser Weise auch fast wie ein Tomb Raider an. Darcy kann nicht nur Backpfeifen austeilen und auch ganz gut mit Waffen hantieren, sondern sie kann auch klettern, springen, sich von Gebäuden runterschwingen und sogar Autofahren. Das Spiel ist wirklich eine merkwürdige Mischung aus Prügler, mit einer Spur von Rollenspielelementen in einer halboffenen Spielwelt, weshalb man hier wirklich von einer Art GTA 3 Prototyp sprechen kann. Die Stadt ist riesig und der schnellste Weg von A nach B zu kommen ist sicherlich mit dem Auto, aber viel effektiver ist man zu Fuß unterwegs. Die Stadt ist eine Art Dschungel aus Beton und so kann und muss man auf einige der riesigen Gebäude klettern. Hat man erstmal ein Dach erreicht, wird man feststellen, wie schnell man sich von Gebäude zu Gebäude bewegen kann. Mittels dieser Dachautobahn wird man aber nicht nur ziemlich flink bestimmte Orte erreichen, sondern auch ganz fluffig die roten und mit Kriminalität gefüllten Zonen auskundschaften. Wer auf diese Gameplay-Mechanik keinen Bock hat, kann jederzeit Fahrzeuge beschlagnahmen. Leider wird in dieser Stadt niemand sein Auto kampflos aufgeben und manche Autofahrer überfahren einen sogar. Um ein Fahrzeug nun erfolgreich beschlagnahmen zu können, benötigt man also eine Waffe, um somit einen Warnschuss in die Luft abzugeben. Obwohl die Requirierung eines Fahrzeugs aufgrund der geringen verfügbaren Munitionsmenge begrenzt ist, ist es aber trotzdem ein ganz cooles Konzept. Man sollte auch davon absehen, allzu viele unschuldige Passanten mit dem Auto zu überfahren. Auch wenn die Stadt voller Arschkrampen ist, führt das Töten von Zivilisten zu einem allzu schnellen Aus für den Spieler. Man sollte sich jedenfalls wirklich die Zeit nehmen, um die Stadt bis auch in den letzten Winkel zu erforschen. Für 1999 ist es wirklich überraschend zu sehen, wie lebendig alles wirkt. Unsere Heldin kann buchstäblich fast jeden Quadratmeter bereisen, seien es Gebäude, Parks, Gassen oder was auch immer. Überall sind Leitern und Plattformen eingebaut, sodass sie einige der höchsten Gebäude erreichen kann. Sich in den Gebäuden zurechtzufinden, erweist sich als einer der unterhaltsamsten Aspekte des Spiels. Herauszufinden, wie man durch Springen, Klettern oder Schwingen von einem Gebäude zum anderen gelangt, ist dann auf der anderen Seite schon etwas schwieriger, aber es macht trotzdem unheimlich viel Spaß. Wer will, kann auch jederzeit mit einem NPC plaudern. Die meisten Einwohner der Stadt sind allerdings unglaublich unhöflich und so verspürt man sehr, sehr oft den Drang, diesen Typen ein High Five zu geben. Mit einem Pflasterstein, ins Gesicht. Wenn es etwas gibt, das einem den Spaß verderben kann, dann ist es die Kamera. Und vor allem beim Autofahren haben die äußerst dynamischen Bewegungen der Kamera nicht unbedingt einen spielerischen Vorteil. Und da sich die Autos auch dann noch wie ein Stück Seife verhalten, das man vergebens mit nassen Händen ergreifen möchte, ist nicht unbedingt eine große Hilfe. Aber auch wenn man zu Fuß unterwegs ist, bereitet die Kamera allzu oft Kopfschmerzen. Gerade in Passagen, in denen es enger wird und sich einige Mauern vor die Kamera stellen, versucht Urban Chaos erst gar nicht die Texturen transparent erscheinen zu lassen, damit man wenigstens nicht den Überblick verliert. Stattdessen wird sich die Kamera hoffnungslos in den Strukturen verheddern, was vor allem die Erkundung der Dächer zu einer sehr großen Herausforderung macht. Prinzipiell ist das Spiel in verschiedene Level gegliedert. Somit steht einem nicht die komplette Stadt zur Verfügung, sondern immer nur ein kleiner Ausschnitt. Auch wenn uns somit keine große offene Welt wie etwa in GTA 3 zur Verfügung steht, war das für damalige Verhältnisse trotzdem ein unglaublich großartiges Erlebnis. Damit man seine Hauptziele nicht aus den Augen verliert, sollte man immer einen Blick auf das Radar werfen. Wer allerdings nur den Hauptmissionen folgt, wird eine Menge verpassen. Denn Urban Chaos besitzt auch eine Menge Nebenmissionen, mit denen man sich dringend benötigte Statusverbesserungen verdienen kann. Auf den Dächern oder auch in den dunklen Gassen der Stadt wird man sich in den Nebenmissionen wie ein richtiger Streifenpolizist fühlen. Hier darf man mit Kollegen flüchtige Kriminelle einfangen, wildpissende Punks ins Gefängnis werfen Oder führt bei einem freizügigen Part zu einem Coitus Interruptus Das Faszinierende bei Urban Chaos ist, dass wir in diesem Quasi-Prototyp schon Dinge sehen, die Jahre später Gang und Gebe waren. Zum Beispiel darf man auch entscheiden, ob man nun einen Kriminellen ohne weitere Fragen zu stellen eine Kugel zwischen die Augen ballert, oder ob man ihm doch wie ein echter Polizist Handschellen anlegt. Ohne mich jetzt allzu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber das Spiel war für die damalige Zeit echt revolutionär. Es gibt auch jede Menge coole visuelle Elemente zu entdecken. Die Level sehen für ein Spiel von 1999 überraschend detailliert aus. Aber was insgesamt die Grafik betrifft, so hat man es hier nicht wirklich mit einem Kunstwerk zu tun. Alles sieht so furchtbar düster aus. Allerdings muss man eben einsehen, dass bei einem Pfund mehr Grafik die PS1 wohl explodiert wäre. Aber auch die Dreamcast macht es nicht besser. Im Gegenteil. Während an einigen Stellen die PS1 mit der Bildwiederholrate schon sehr zu kämpfen hatte, mutiert die Dreamcast-Version zu einer kompletten Diashow, was das Kämpfen, Fahren mit dem Auto und Bewegungen im Allgemeinen so schön machen wie Brechdurchfall. Und um dem Spieler den Rest zu geben, beschließt die Kamera das Geschehen aus den möglichst ungünstigsten Winkeln zu zeigen, so dass es einem beim Spielen tatsächlich schlecht werden kann. Und das jetzt nicht nur im übertragenen Sinn. Hätte man nur ein wenig gewartet und das Spiel für die PS2 veröffentlicht, wäre Urban Chaos bestimmt eine Bombe geworden. So ist es leider nur ein grässlicher Versuch, mutig in die richtige Richtung durch hohes Gras voller Hundekot zu gehen. Klangtechnisch ist das Spiel auch eher ein seltsamer Mischmasch aus Funk und Groove der 70er Jahre, gespickt mit zeitgenössischem Rock und Techno. Die Synchro reicht von gut bis unterirdisch, wobei man zum Glück der Hauptdarstellerin die beste Aufmerksamkeit geschenkt hat. Wie gesagt, aus heutiger Sicht wäre es viel zu einfach, Urban Chaos mit Kot zu bewerfen. Es lässt sich aufgrund der Kamera wirklich beschissen spielen und dazu macht es optisch noch den Eindruck, als hätte es drei Tage lang die Nächte durchgesoffen. Aber trotzdem ist Urban Chaos wichtig. Es legte vermutlich einen der vielen Grundsteine für alle heutigen Open World Spiele. Survivor, safe! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra 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 Trit